Jetzt reicht mir nicht so, dass ich vier Worte, weil ich dennoch den Windstein hätte. Mal schauen, dass wir sehen und auf wahre Menschen angehen. Wahre ich noch mal? Sit's up! Willkommen zurück zu Let's Play Mario Party! Ich habe kurz meinen neuen Slot geladen und nachdem Luigi endlich bestraft wurde, ich habe es auch auf hunderten Speed gerade eben geschafft, mich gegen einen Hard Mode zu befreien. Und ich bin ja schon nach oben gegangen. Ich hoffe, der andere geht auch nach da. Ja! Ja! Geil! Alle sind nach links gegangen! Weil ihr wisst, was mich erwartet. Neun! Geil! Sechs! Zeit passen, oder? Ja! Zeit passen! Ich hoffe, der kommt jetzt nicht noch zum Pause oder so. Mirakel würde ich sogar okay finden, ich habe nichts zu verlieren. Mirakel hätte ich sogar okay noch gefunden. Ja! Aber geil, dass alle nach links abgebogen sind, ey! Hammer! Ich bin so Livia! Abschaul, ne? Von der letzten Woche noch, ne? Ja! Und wenn ich dann nur abschaul gesagt hab... Draußen bleiben! Okay, okay! Ich brauche Geld! Erinnert ja nichts an Münchstern und an Münchstern von allem. Dann wird sie los! Und fertig! Ich soll jetzt zwei Münchstern verkriegen. Komm, Mirakel! Ich will auf Mirakel landen! Komm, Mirakel! Ich will auf Mirakel landen! Kuck! Komm, gib mir einen Stern oder hat Reichenmünzen! Jetzt Reichenmünzen würde ich gefühlt, weil ich gerne auf dem Münchstern hätte. Oder Stern? Ja, gib mir Stern! Ja! Geil! Trottel! So, ein Trottel! Also! Geil! Ich bin wieder im Geschäft, Alter! Alter, einer der geilste Momente! Obwohl ich mit Scharns-Time gegen Peach einfach was unternommen hab! Ja, danke! Mirakel seid geil, Kappa! Nein, natürlich ist es trotzdem Schrott! Aber... Geil! Schmeck! Jetzt hab ich wieder was zu verlieren! Ich glaub, jetzt bin ich wieder erst, oder? Ja, Mann! Jetzt kommt das Spielbrett wieder riesig ins Fahrt, ey! Ich tue nur so, als wäre ich nicht so schlecht für immer, ne? Man kennt's! Ich weiß, gibt's da viel schneller mit Ton! Ich kenn die nicht! Ich kenn die leider nur nicht! Erstmal soll's mal an den Rand, und die Mütze ist immer am schwierigsten, glaubt mir! Ihr braucht mir nicht glauben, eigentlich! Aber die Mütze finde ich persönlich am schwierigsten! Ich glaub, da geht's auch den meisten so! Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' doch! Ich! Oder? Ja! Zwei und neunzig! Zwei und neunzig! Acht! Ja! Geil! Komm! Kein Fragezeichen! Kein Fragezeichen, sonst ist das nicht geil! Ist da Fragezeichen? Ich hoffe nicht! Aber 20 Münze bitte! Geil! Acht! Zehn! Dann das wahre sein Stern zurück! Neun wär's! Gif-Pilz! Gif-Pilz! Nein, der darf weiter! Spielen! Alter! Ich hoffe, er geht jetzt nicht zu Bowser! Weil zu Bowser geht, ähm, ich glaub' alle werden wieder zum Start teleportiert! Und die Teleportationen werden sich verändern! So müsste es sein, wenn er zu Bowser gegangen ist! Acht! Schon wieder! Der kriegt zwei Sterne! Ja, hat er jetzt schon... Äh, ja... Auffälliger kann man's nicht machen, oder? Zehn, neun! Immer wieder! Und jetzt hat er ja schon wieder zwei... Ein... äh, jetzt hat er ja zwei Sterne! Nur mal, was hat er jetzt schon? Drei Sterne! Ohne Scharnstein! Ähm, Scharnstein... Ja, er geht auch noch zum Buh! Und wird Münzen von mir klauen! So ein Drecksack, alter! Nein! Nein! Oh, das kann nichts machen! Er hätte ja sogar noch 50 Münzen übrig gehabt, alter! Ja! Vielleicht brennst du mir, ey! Weil dann hätte er eher Millionen Sterne weggenommen! Einen einzigen! Und er geht nicht zum Bowser! Er geht wieder zum Start einfach! Wann geht einer links?! Hä?! Warte! Was geht? Er probiert nochmal Scharnstein! Ach, komm! Wir haben heute schon dreimal Scharnstein mit ihm... Und einmal hat's mir sogar auch geholfen! In diesem... In dem letzten Park, ne? Schon wieder ist... Oh Gott! Und... Und Mario, ne? Ich schau nicht hin! Neeeeeeeen! Ich werde... Ich werde kurz... Ich werde kurz eine kleine Pause, man! Schiff. Was? Wirklich? Schiff. Vari hat schon so gut wie gewonnen. So werde ich jetzt noch abgezockt hier und verarscht? Ja werde ich. Acht. Wenigstens gewonnen. Münzen, Stern, Mini, Spielstern, 3. Jetzt habe ich Pflanzen nicht gewonnen. Ach ne stimmt, ich komme nicht rein. Schiff. Bittes alleine. Schiff. Na schön. Mö. Schon wieder Mö ins Block benutzt. Ja, ist ok. Habe ich, Lack, Als Glück. Ja, bis jetzt habe ich wieder Glück. So. Hier habe ich auch Glück. Ich wäre Mario nicht da jedenfalls. Jetzt hätte ich da auch Glück. Ich habe ihn schon auf die Nase herum getanzt. Alter. Abgestopft. Das muss rauflich im Intro sein. Äh, elf nur. Alter. Hat ja viel weniger. Die letzte 10 Runden. Das kann ja was werden. Wollt schon wie... Pfff. Du bist. Du bist. Und geil, das von Wario Cloud. Verstehe ich nicht. Warum gehen wir nach links? Ah, nein. Wenn Wario zum Buch kommt, wird er mir einen Stern stehen. Warte. Oh, schon wieder Mirakel. Part der Mirakels, oder was? Ich weiß nicht, ob ich schon seit Chance time, oder? Part der Mirakel. Komm, gib mir deinen Stern, wo wir auf Wario zum Menschen angehen. Wario schon an? Oh, Mario. 20 Minuten für Mario. Ja, hallo. Ich habe es ja schon gelesen. Danke, Mario, ne? Danke. Aber ich hoffe, du kommst jetzt auch nicht zum Buch, weil... Nee, nee. Mario, bitte. Geh zum Buch und klau Wario einen Stern. Bitte. Please. Wario wird aber dann von... Schon wieder Mirakel? Das ist das vierte Mal in einem Part. Wie viele Mirakelfelder gibt es hier? Und warum ist Gruppe eigentlich hier gewesen? Was hat denn Mario wario 20 Minuten? Boah, es wario dumm. Und jetzt wird Mario von mir den Stern stehen. So schnell kann es gehen. Und jetzt wird Mario von mir wahrscheinlich einen Stern stehen. Komm, ich brauche auch Mirakel. Ich brauche auch Mirakel. Mirakel. Na, natürlich darf ich noch ein Runde aussetzen, weil es ja auch so cool ist, ne? Das läuft echt nicht gut gerade. Meine Performance ist am Ende. Nur wegen Mario. Schon wieder Mirakel. Schon wieder! Was ist das? Ich habe drittes Mirakel. Schon fünf Mirakel in ihrem Folgen, glaube ich. Diesmal bin ich dabei und Mario tauscht mir alle meinen Stern. Du bist so ein dreckiger... Ich hasse Mirakel. Ich hasse es. Und das hat mir jetzt auch sauviel Zeit noch genommen. Ich hasse das Spiel. Mario wird supported. Das ist ja ganz klar. Ey, das könnt ihr jetzt nicht widersprechen. Mario wird von A bis Z supported. Drei Sterne. In nur einer Runde. Auch noch. Ja, in einer Runde, glaube ich, drei Sterne gemacht. What the hell? Das ist ja die Rolle, ey. Damals hat Mario schon so gut wie gewonnen. Ja, der hat gewonnen. Und der ist schon so gut wie gewonnen. Und das ist wie Trompete. Und das ist schon so gut wie gewonnen. Und das ist wie Trompete. Dann 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 nur ich hab mich verspielt shit alter Tricks Game HÄH? Ich habe ergeräuscht Ja schon wieder Ja alles klar regiert nicht ne regiert nicht ich wurde verarscht Ja Ich ich weiß ich konnte sie sehen aber ich wurde verarscht Ist das Fakt? Nur ich verarscht wurde alter Äfft euch Äfft euch Mann ey Ich hab schon verkackt alter Nur weil du spielst du kack ist Komm Mirakel Mario tausch mir alle Sterne Dann Nur dann hab ich noch ne Chance zu gewinnen Aber wird nicht passieren Luigi gib mir einen Stern wenigstens Schon wieder Mirakel Was ist das? Sehr fix Das sah so gut am Anfang aus Und dann Alles mal am Grund Probierter wieder mich zu erwischen Ne Wario Komm alle stellen wir zurück drauf Ich weiß Mario hat keinen Stern Aber dazu braucht man nix Äh warum ist Mario in Deutsch? Dazu braucht man aber gar nichts mehr zu sagen oder? Mario hat gewonnen Mario hat gewonnen Wie er supportet wird alter Ich fällde so aus, dass Mario verliert Ich fällde alles auf Mario zieht Ne Und das wird wahrscheinlich auch leider überzogener Part werden Denn ich probier bis die letzten 5 Runden heute noch zu kommen Ich glaub jetzt ist er ein letzter Erfolg auf jeden Fall wahr Ey zurück zum Absender Auch wenn es nicht Absender war Aber egal Ja! Geil! Gerechtigkeit siegt. Ich hab alles gemacht damit. Komm, aussetzen. Nein. Nein, natürlich, keine Aussage. Schön. Okay. Vorhin geht er frei, wenn er zu Bowser. Hm? Gibt für mich gar keinen Sinn. Aber ab jetzt ist soweit. Du hast geschafft, du Glückspilz. Ich werde dir einen Stern stehen, du Lappen. Ja, moin, geil. Ahaha, gerückt, du ein Stern, Alter. Wiener. Ah, verschwinde. Ich hasse ihn. Ah, Mann, ey, überhaupt zu drei, ey. Loschen. Ja, ihr seht schon, der Spielbrett ist jetzt anders aufgebaut. Wenn ich richtig gesehen habe. Mirakel. Nee, ist nicht. Ich hab falsch geschaut. Gott sei Dank nicht. Ich geh schon Wahnverstandung nennen. Von Mirakel. Ja, na, natürlich nur eins. Du mich auch. Ja, geil, ne? Ach, Gott. Damit bin ich fast letzter. Eine Acht. Eine Vier. Der Stern gehört doch mal durch dir. Okay, wenn ich schon zwei Zusatzsternen habe, ist sie mich gut. Ich muss jetzt aber auch gewinnen, ne? Denn Mario ist sehr dicht dran. Das zu schaffen. Nooo, Kugelkaos! Kugelkaos, ein Schott, alter! Warum kommt das hier vor? Das ist so eine wichtige Stelle. Mario, Mario, Mario muss weg. Das ist der allererste, wenn ich wegkomme will. Okay, Luigi ist auch schon weg. Mario, wie schön. Ich hab dich schon immer respektiert, ne? Ich probier's immer so. Ich weiß, es bringt mir nix. Nooo. Ich lass mich hier nicht einen Kess von dir. Nooo. Das wäre auch gerade eben so ein Killmove gewesen von mir. Nooo. Ich hab mich selber verbaut. Cool. Ihr seht, was Kugelkaos für so ein Schrott ist, oder? Ich hab immer kein Speed drauf. Oh mein Gott, war das knapp. Ich hab schon einen Gott gesehen, ey. Da war er. Kapi. Natürlich nix. Das ist so eine Kacke. Ich hasse Kugelkaos. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Kugelkaos ist einfach behindert. Warum hat man sowas erfüllen, Alter? Nein, kein Bowser, bitte. Kein Bowser, okay. Kein Bowser. Zehn. Zehn. Wow. 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 Ah, jetzt bin ich hier, also. Mirakel. Ich will kurz mal schauen, wo der Teleport einhinkriegt. Nur für die Wissenschaft. Wo wurde er hinbringen, denn? Ich kam zum Start. Ja. Zubu. Der überlegt jetzt, ob ich mich in der Stern stehen soll. Oder Mirakel. Mirakel. Kommt, ich schieße jetzt die Wissen. Nein, mach doch nicht. Soll ich mit Mirakel nicht sein, werde ich zum Bubo gehen. Letzt was gut funktioniert, ob es jetzt auch gut funktionieren wird. Okay, nach Waren, komm ich. Ich probiere natürlich den Stern hier zu kriegen. So, ich habe drei Versuche, würde ich sagen. Damit ist fair. Ich habe drei Versuche. Ich bin der Babo. Ich weiß, wie man das zeigt. Ich weiß, wie man das zeigt. Boah, ich bin so ein King, Alter. Ich bin Gott. So was von. Natürlich bin ich nicht Gott. Aber... Ich habe nicht mal die drei Versuche gebraucht, Alter. Ach, jetzt kommt noch Pause. Von mir aus. Genau in ein paar Minzen. 30. So. Na, das ist kein Faul. Darin bin ich eigentlich ziemlich gut. Und soll das gelingen, wenn ich 20 oder 30 Minzen abgezogen bin. Ich habe jetzt nicht lesen können. 20 Minzen werden abgezogen, was ja gar nicht. So, ähm. Ah, kann man sagen, oder? Okay, ich habe mich gut im Kopf. Oh shit, Mario. Okay, jetzt habe ich wieder oberen Hand, wenn ich behaupte. Shit. Die ist gay, die ist gay, die ist gay. Und der hat es geschafft. Hm, 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 hm. Dazu muss ich einfach krattern. Auf diesen ganzen Sinn. Und das sind ja jetzt fast wieder 30 Minuten. Ich überziehe das immer. Ja, Mann, danke. Ja, bitte. Danke für den Arsch. Ich werde hier doch die ganze Zeit laut sein. Oh, nicht. Paddelgedaddel. Ich werde so abgehen. So, mit mir an der Leiter. Und ja, für nicht mehr Glück. Luigi, geh sterben bitte, ne? Geh sterben, habe ich dir gesagt. Einverlass, zwei Sterne ab, ey. Krank. Siehste, Miracle war, ist halt immer eine gute Entscheidung, Kappa. Nein, nein, nein. Macht's nicht nah, mit Miracle ist sehr riskant, glaub ich mir. Und weil du auch keine Save-Sets jetzt gehörst, sei es auch gewarnt, ne? Miracle kann alles zerstören. Was man sich selber aufgebaut hat. Oh, shit. Ich war entspannt und jetzt kassier ich. Mein Daumen tut schon weh, ey. Mein Daumen tut weh. Oh, shit, ey. Luigi. Der klaut und wir alle Münzen, ey. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich kann nicht, ich kann nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr. Mein Daumen macht jetzt hier nicht mehr mit. Nein, hör auf. Sei brav, Luigi. Ja. Geil. Ne, ich bin schon verkackt. Traum mich gar nicht mehr weitermachen. Luigi ist tot. So, wunderbar. Okay, letzte Runde für diese Folge. Das Minigame 10 noch zu dieser. Der geht freiwillig zu Bowser? Bitte bestückt und was nicht. Mann, schon wieder so ein Knecht, Alter. Obwohl du schnell die Runde noch beenden willst. Na, was hab ich denn Schönes für dich? Oh, natürlich, Bowser's große Chance, wo nochmal Geld genommen wird. Von wer ist es Mario? Entscheide, wer geohnt wird. Wer wird es Luigi sein? DK, Mario oder du? Das fühlt sich geil. Luigi! Gott sei nicht, ich ist 30. 30, 30! Yo, 30! Ah, hier ist also mein Knecht, der alles verliert gleich. Verlierter Stern. Okay, Mario hat sogar ein Meer gefeiert. Der kann Sternen stehen, sollte zum Beruf kommen. Aber für's mal, ja, wo er Buh ist, ne? Und der hat ja auch Geld verloren, der Mario. Gott sei Dank. Sonst hat er vielleicht den Münzenstern. Und das ist not good. Bisher bin ich sogar Erster. Geil, freut mich. Thailand. So. Wo geht... Ah ja, ich muss ja jetzt zum Teleporter rein. Hier. Wo geht der da Luigi? Okay, der ist ja am Start. Ich hoffe, dass ich nicht zu Bosse komme, weil sonst wird mir ein direkter Stern abgezockt. Der hat ja eh keine Münze, ne? Ja. So, ich und Mario ging die beiden. Bei? Wüstensprint! Äh, wie ging's nochmal? Ich glaub, es war so gleichmäßig mit dem Joystick. Nein, 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 nein. Ja. Ja, 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 ja. Mit was fängst du denn an? Ich glaub, es ist verreißend. Hm, zack, 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 zack. Hä? Ich hab doch... Ich muss ein Wahreling, denn ich hab. Ja, aber der hat auch Fehler gemacht. Der hat auch Fehler gemacht. Ich glaub, weil ich außerdem nach unten gelenkt hab. Ja, ja. Ich hab was. Ja, der noch Fehler gemacht. Ich und Mario haben es halt geschafft, wir sind Wünsteam, ey. Goal! Ich glaube, wenn man nach unten oder nach oben macht, ist es ein Fehler. Damit hat Mario auch 10 Münzen verloren. Ja. Und damit beende ich die Folge, in der nächsten Folge, beende ihn wieder, spiele endlich. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.